«Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Danke für das Sinnenlose. Wir sind in der 14. Staffel unseres Podcasts. Und in dieser Staffel frage ich unsere beiden Expertinnen Jenny Schneider und Corinna Weiss, die für die Young Talents bei der AKB im Kohlit verantwortlich sind, was sich denn in der Ausbildung alles verändert. Welche Möglichkeiten und Angebote die AKB überhaupt bietet und so weiter und so fort. Fangen wir doch an mit ein paar Eckdaten. Und für das Gespräch heisse ich dich, Jenny Schneider. Herzlich im AKB-Studio. Willkommen, schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Du kannst mir sicher ganz genau beantworten, wie viele Auszubildende die AKB überhaupt hat und wie das Ausbildungsangebot so aussieht. Total sind bei uns aktuell rund 70 Auszubildende und ungefähr 15 Trainees beschäftigt. Unser Nachwuchs macht also ca. 10% der Anzahl Mitarbeitenden bei der AKB aus. Damit sind wir eigentlich im ganzen Kanton der grösste Ausbildungsbetrieb unter den Banken. Die Auszubildenden setzen sich unter anderem aus 60 KV-Lernenden, drei Mediamatik-Lernenden und vier Informatik-Lernenden zusammen. Dazu haben wir noch jeweils drei BEM-Praktikanten, das sind Berufseinstieg für Mittelschulabsolventen. Neun von diesen 15 Trainees sind im Privatkundenbereich tätig und vier sind im Firmenkundenbereich. Zusätzlich haben wir noch zwei, die in einer Fachabteilung beschäftigt sind und später zu Fachspezialistinnen werden ausgebildet. Im Sommer 2024 startet bei uns zusätzlich zum ersten Mal ein Informatiker, der in die Plattformentwicklung ausgebildet wird. 10% Ausbildende, das ist schon noch viel, denkt es mir, wieso investiert der AKB so stark in den Nachwuchs? Der AKB ist der Nachwuchs aus mehreren Gründen sehr, sehr wichtig. Wir setzen uns als Ziel, zur nachhaltigsten Bank im Kanton zu werden und hier spielen natürlich die Auszubildenden ganz grosse Rolle. Ein Grund ist die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Wir wollen unter anderem unseren eigenen Nachwuchs fördern und weiterentwickeln, um den Fachkräftemangeln entgegenzuwirken. So haben wir am Schluss unsere eigenen Talente in diesen Funktionen. Zudem ist es natürlich auch wichtig, dass wir im Kanton den Bildungsauftrag wahrnehmen, dass wir also genug Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, damit Jugendliche im Kantonargo die Möglichkeit bekommen, ihren Schritt in die Berufswelt zu wagen. Last but not least, junge Menschen bringen oft sehr frische und kreative Ideen ein und Innovation in verschiedene Bereichen. Davon kann die AKB enorm profitieren. Wir haben im Vergleich zu anderen Branchen das Glück, dass Banklehrer bei Schülerinnen und Schülern ein grosses Ansehen geniessen. Und wir können unsere 20 Lehrstellen mit sehr, sehr guten Schülerinnen und Schülern besetzen und viele Bewerbungen bekommen. Wir haben im Vergleich zu anderen Branchen das Glück, dass die Banklehrer bei Schülerinnen und Schülern ein grosses Ansehen geniessen, um wir unsere 20 Lehrstellen immer noch mit Top-Kandidatinnen und Kandidaten besetzen. Und wenn wir jetzt, so wie alle, an die zunehmende Digitalisierung und an die künstliche Intelligenz denken, wären die Ausbildungsplätze bei der AKB eher ab- oder zugegeben? Hast du da Prognosenwogen? Ja, das sind wir uns definitiv im Moment auch gerade am überlegen. Und unsere Tendenz ist sehr klar. Aktuell sind wir unsere Ausbildungsplätze eher am Ausbauen. Mit den verschiedenen Ausbildungsberufen sind wir sehr breit aufgestellt und können in allen Teilbereichen der Banken Nachwuchs ausbilden. Zum Beispiel in der Informatik, in einem Kundenberatungszentrum, aber natürlich auch in der Kundenberatung. Wir sind uns bewusst, dass künftig andere Kompetenzen, zum Beispiel digitale und transformative Kompetenzen, aber auch Handlungskompetenzen, stärker gewichtet werden, um den Mensch eines Roboter zu unterscheiden. Durch die Einführung der neuen KV-Reform im letzten Sommer ist jetzt auch im KV-Bildungsplan sehr handlungsorientiert ausgerichtet. Wir werden somit weiterhin auf unseren Nachwuchs setzen und sind definitiv überzeugt, dass wir auch in Zukunft optimal unseren Nachwuchs einsetzen können und unsere Talente uns weiterbringen. Danke, Jenny Schneider, für den Auftakt ins Wesen der Ausbildung. Wir bleiben auch nächste Woche dabei. Nicht vergessen, Mittwoch ist Finanztanztag. Finanztag und klar, alle Episoden von unserem Podcast finden sich online auf Spotify etc. und auf akb.ch.podcast. Wenn es um Anfragen rund um Jobs und Karrieren geht, auch hier, kommt man auf der Unterseite Jobs und Karrieren unter beruflicher Grundbildung noch viele weitere Infos über. Jenny und ich verabschieden uns und sagen adios. Jenny und ich verabschieden uns und verabschieden uns und verabschieden uns und verabschieden uns.